Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute. Ab dem Sommerfahrplan 1987 ist der Franz Schubert der EC 6465 in den EC-Stand hochgegangen. Wieder eine Ost-West-Verbindung zwischen Wien und Basel via Zürich, Sargans und Buchs und über den Arlberg. Wir zeigen diese Verbindung, diesen Zug um das Jahr 1992. Und zwar war zu dieser Zeit die ganze Warenkarnitur von der ÖBB bereits in dem Grau-Blut-Orange-Farbschema komplett. Und vorgespannt, ab Buchs, von Buchs bis Basel, haben wir eine RE442 in Tannengrün ab 1932. Ja, viel Spaß mit dem Video. Like und Apo nicht vergessen. Ciao. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.